Die Mimik ist eindeutig, weil Nadine Angerer und Cody sind bedient, die Frankfurter Rennen. Noch mal eine Einschätzung von Klaus Lufen, die Herr Künzer, bitte. Dann doch er beim Torhüter oder der Torhüterin. Angerer will dicht dran sein. Pumpelt in die Menge. Und sicherlich gleich auch noch mal zu Desiree Schuhe. Was für eine zu entscheiden und dann diese... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017